Servus meine lieben Euden und willkommen zurück zu Life is Strange, ich bin der Zahle und wir dürfen weiterschreiten. Auf unserem Abenteuer waren wir hier am Schrottplatz gerade mit Chloe und hatten ein nicht ganz erfreuliches Erlebnis mit Frank, dem Wohnwagenbesitzer, dem Chloe allem Anschein nach noch eine Stange Geld schuldet und dann hat der Gute uns noch die Waffe entwendet, die Chloe von David geklaut hat. Ich glaube nicht, dass es hier noch ein Foto gibt. Das ist schon ein anderer Spot. Ja, es geht weiter. Wir verlassen den Schrottplatz. Ich kann nicht glauben, dass du ihn mein Foto gegeben hast. Hier geht's, Frank. Du kannst mich immer wieder schmerzen, speziell für dumm Schein. Ich bin nicht schmerzen. Es ergibt sich in meinen Geist, die Leute zu lassen. Und ich habe einfach das Foto gemacht, Mann. Jetzt hast du mich zu schützen. Ich bin nur glücklich, dass du hier bist. Ich bin auch, glaube ich. Chloe, warum du dich auf einen Schmerz-Gerz-Gerz-Gerz-Gerz-Gerz wie Frank? Es ist lustig. Wir gehen einen Ruhigen und ich sprechen. Ich fühle mich wie ein Wetter, nicht? Ich wünsche, dass wir uns noch ein Leben bleiben können. Wir können noch ein Pirate Fort und gehen die Welt aus? Wir brauchen ein neues Wetter-Gerz-Gerz. At least Frank wouldn't find us. Are you okay, Max? Seriously, Chloe, this is scary. What if Frank tries to track us down? I'm sorry. But Frank isn't as hardcore as he fronts. All he cares about is his cash, stash, and mangy dog. Chloe, are you for reals? Frank just took your gun and threatened us. He's armed and clearly dangerous. Max, I know. Crazy shit is the new normal for me. That's why I plan to leave Arcadia Bay without paying Frank off. Now, tell me exactly what's going on between you and Frank. Does he have a last name? Frank Bowers, he's just a dealer where I get my weed. The one in your joint, remember? Anyway, Frank and I kind of hung out. Hung out? You don't mean you... Oh, no, we didn't have sex. Gross, ma'am. He never even tried. I just made the mistake of borrowing money so Rachel and I could bail out of here. That's it? No, I want to know how Frank got Rachel's bracelet. What do you think? Huh, yeah, be careful, definitely. I think we have to be careful and keep an eye on this guy without him eyeballing us, okay? It's so weird talking to you about this insane crap. We haven't hung out this much since we were tweens and it's like no time has passed. I wish Rachel was here to meet you. Do you think that Rachel and I would have been friends? You're not that different. She had... Has a great eye for images and for art. Plus, she's a smartass like you. We would all be hella best friends forever. I know she must be as cool as you are. I have no doubt we'll meet soon. Railroad tracks always make me feel better. I have no idea why. Kerouac knew. It's the romance of travel and movement. The sound of the train whistle at night. Look at the beat poet here. I'd rather be a good photographer. You are. You just have to stop being afraid. Perfect. It's coming now more often, so how it looks. Matt! Max! Help! I'm stuck! Hold on, Chloe. Oh, that's the place we know from the... ...the show. Fuck. Oh no. No! Of course, what's the other sound? Oh man. Uh... I don't want to die here! Max! You can't just yank Chloe out like a superhero. Move! Uh... Oh God, oh God, oh God, oh God, oh God. Ah, wait a minute. Here. I already see it. Come on, Max! No, it doesn't bring us anything. Damn! Maybe I can open... Awesome. It's not locked. Please, get me out of here! Haha, and now, man? Oh... I'd better find the tool to cut those wires. But it's... I need to pull the switching lever right now. No, it doesn't bring us anything. Oh God. It doesn't bring us anything. If the train comes from there, man... ...it doesn't bring us anything. It doesn't bring us anything. Oh God, that's what we didn't see, right? Oh, man. Okay, all right. Good. Good game. Thank you. Thank you. What was the first time? Was that was the conversation? Or was was that? No, I don't want to go there. Yeah, yeah, come, 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 come. Quick. Here, probably, too. Just as much as I don't want to go there. I don't want to go there. Okay, so everything is here. Then go in the car. You know what I mean? When we're going to turn this over here, then the truck is either left or right. But anyway, Chloe, first of all... Ah, okay. But if we're going to turn this over here, then your shoe is fine. All right. Oh, come. We need a little more time. Brechstange. That looks good. A crowbar. This is exactly what I need. I can definitely use this bad boy. Hoffentlich. So. We'll look at it first. We want nothing to see. Und wer weiß, warum nicht hier das nächste Foto ist. So blöd. Ah, alles klar. Muss man eben mit der Brechstange öffnen. Ist, äh... Schließt das die Tür wieder? Ja. Dann müssen wir jetzt zuerst aufbrechen. So. Sonst haben wir da nämlich keine Zeit mehr. Wenn wir das ganz spät machen. Kyle. Wow. Wow, wow, wow. Okay. Okay. Ich verstehe. Schauen wir uns jetzt mal um. Yes. Äh... Nehmen. Puh. Ah, MacGyver. Auch eine schöne Anspielung eigentlich. So, da haben wir nichts drin. Kein Problem. So, wir spulen zurück. Die Tür können wir jetzt von innen öffnen. Oh, Moment mal, Moment mal. Nicht rausgehen. Ich hab gesagt öffnen. Nicht rausgehen. Eine Axt. Können wir auch noch nehmen. Okay, was kann ich mit dem? Oh Gott. Wir haben ziemlich viele Möglichkeiten gerade. So, zack. Niedrig gewesen. Und wir probieren mal die Möglichkeiten durch. Das Ding schieben, äh, wird erstmal nichts bringen, wenn wir den Kyle nicht entfernt haben. Bereich Stange. Ob wir das überhaupt bewegen können durch schieben. Die sind unfassbar schwer, die Dinger eigentlich. Das hat jetzt nichts gebracht, ne? So, gar nichts. Ups. Äh, was? Was? Wow. Ah, okay. Damn. That was close. You saved me again. That's crazy. They were totally bombarded, right? You okay? I got splinters in my ass and leg, so I wish there was a less violent way for you to save me. And now the trains can't get to the lumber mill. Oops. Aren't you glad I took you away to a nice, quiet, desolate spot? It was cool to spend time in your lair, but I have to get back to school before my next class. Since you're the mysterious superhero, I'll be your faithful chauffeur and companion. My powers might not last, Chloe. That's okay. That's okay. We will. Forever. Thanks for the ride, Chloe. Right on time for my art lesson. Thanks for coming with me. Sorry to be so boring. Nothing exciting ever happens to us, right? Listen, your rewind power has to be connected to that snow yesterday. That might explain your tornado vision. Explain what? Snow equals a ginormous twister that takes out Arcadia Bay? You're high. Wake up, Max. You saved my life twice now. You altered the course of my destiny, yours and whoever. Do you know about chaos theory? Um... Uh, it means shit happens, right? No, crazy shit happens. Because it can. And will. Why me? I'm just a geek girl in some small town. A perfect example of strange attractors. Don't they teach you kids anything at Blackwell? We have a tornado, rewind power, and freak snow. Hello, Armageddon. So let's party with your power, Rockstar. Like he said, Professor Price, a superhero needs a sidekick. How can it be such a shitty week, and yet one of the best of my life? Because we're back in action again. I have a little time before Mr. Jefferson's class, so... I can do some wandering. Puh, ähm... Ich glaube eigentlich, dass Chloe schon recht hat. Also, es hängt schon irgendwie zusammen. Wahrscheinlich sogar ziemlich sicher. Also, halt jetzt nicht die Kraft unbedingt und der Schnee, aber, ähm... Die Wetteranomalie, ja, mit dem Schnee und das Tornado, das, äh, kann schon gut zusammenhängen. Jetzt haben wir so viel neues Zeug, wo wir uns umsehen können. Ah, mein, Justin kennen wir doch. Justin always looks stone. Diesmal können wir nicht mit ihm reden, und das Mädchen können wir uns auch nicht angucken. If I was normal, I'd be super excited about going to a major shindig. 10, 10, 13, Donnerstag Nacht, Weltuntergangsparty, Blackwell, Schwimmbad, Vortex Club. Hm, Weltuntergangsparty. Interessant. Übrigens, Weltuntergang, äh, hier der Tornado, diese ganze Geschichte und Donnie Darko, ja. I wouldn't want to be at an end of the world party with Nathan Prescott. Too much truth in advertising. Oh ja, das stimmt, Maxine. Äh, genau, da haben wir wieder dasselbe. It's the invasion of the Vortex Club. Verpasst es nicht, die Soerie des Vortex Clubs. Ähm, nämlich, äh, hat, äh, nein, kein Spoiler, aber hier, äh, Donnie Darko angucken, da wisst ihr Bescheid. So. Möchte jetzt nichts vorwegnehmen. Fall ins Regeln für die Flure der Blackwell-Akademie. Kein Reden, kein Schreiben, kein Schubsen, kein Graffiti. So, das hatten wir schon mal gelesen, genau, und hat sie nämlich auch schon kommentiert, dass das mit den Waffen hier nichts draufsteht. Ha, Direktor. Ich versuche, Principal Wells always looks distressed. Sir? Oh, hallo, Max. Ich hoffe, das ist nicht über das vermindlich. Ja, vermindlich. Nathan did have a gun. Have you talked to him yet? Yes, he's deeply upset about this accusation. I don't blame him. Once I have all the facts, we'll talk. For the moment, focus on your schoolwork. I can't focus when I'm scared. Please don't say that. There's nothing to be scared of at Blackwell Academy. Our head of security is overseeing a new era of campus safety. Natürlich. I saw Mr. Madsen Hassel Kate Marsh yesterday. Wait, wait. Do you see a pattern here, Max? Probably not the same one you see. It's very easy for you to instantly accuse people of doing terrible things. Nathan, Mr. Madsen, who's next? Now, if you'll excuse me, I have a meeting. You can learn a lot about a school by the weird shit posted on the board. With money. Okay, that's all right. We know that with the singers. But I've also told you that the band-up-up is very good. Look at these trophies. You've got to give it up for those bigfooters. They do stomp. The Zach. Zachary always looks like he's ready to throw a football. Yeah, that was the one with the right. Hello, Zach. What's up, Max? It's weird to not see you without your camera. I'm always taking pictures with my eyes. I bet. As long as you don't talk to everybody about all that shit with the sext and Victoria. Hmm. I won't. That's what Victoria wanted. Yeah. I noticed she kind of set up her own drama. Even if it fucks her over. Weird. She doesn't have to, though. That's what I don't get at all. I mean, she's hot, rich, talented. What more does she need? Anyway. See you at the game Friday, Max. Hmm. Der ist eigentlich ja der gleichen Meinung wie Max. Desperate much? We're already here. The world is yours today. Die Welt gehört euch. Die Blackwell Akademie ist nicht nur ein Hybrid-College. Unsere einzigartige und in aller Welt geschätzte Fakultät interessiert sich für eure Probleme. Sprich noch heute mit einem Berater. Das war auf jeden Fall ein Plakat, das wir, ähm, nicht gesehen hatten. So, Mädels. Na, okay. Er steht da nur so rum. Hier ist, äh, der Hausmeister, mit dem wir jetzt gerade auch nicht reden können. Ich sollte gehen und sehen, was ich lernen kann. Global Warning, Freak, äh, Freak Snow, nicht Freak Show. Oh Gott. Globale Warnung, äh, anormaler Schnee. Ähm, das ist ja ein geiles Wortspiel. Also Global Warning statt Global Warming, die globale Erwärmung, ja. Und Freak, äh, Snow statt Freak Show. Freak Show, das kann man ja inzwischen schon gar nicht mehr übersetzen. Äh, Freak, äh, Show ist feststehend, auch im Deutschen schon. Der gestrige, einzigartige Schneefall ist ein weiteres Signal des Ökosystems, dass der Klimawandel kein Mythos ist. Diskutiere mit anderen Blackwell-Schülern und Mitgliedern des Lehrkörpers in einer Campusversammlung, was du tun kannst, um eine zweite Eiszeit zu verhindern. Blackwell-Wissenschaftssaal, Montag, 19 Uhr. Und, äh, beim Lesen ist mir irgendwie aufgefallen, dass wir das doch schon kennen, oder nicht? Haben wir das nicht schon gelesen, Freunde? Ah, da vorne steht ja unser aller, aller, bester Freund for life, Dave. Der Security-Pisser. Trevor, den kennen wir auch aus. Trevor, den ist er. So, ist das nochmal genau dasselbe, wahrscheinlich. Du kannst ungefähr jemanden auf Montag schießen und partieren auf Freitag. Rescott-Power. Hm. Ihr sprecht jetzt auf jeden Fall jedes Mal anders. Hehe, ja. Na, was hast du zu erzählen? Ah, das ist nochmal, schauen wir mal, was sie dazu sagen hat. Wenn ich normal war, wäre ich super excited, um zu einem großen Schindig zu gehen. Okay, das wissen wir schon. Courtney wird alles für Victoria und die Vortex-Klube machen. Mhm. Hey, Courtney. Ciao, Max. No photos, please. Ich muss auf eine Gäste-Liste für ein Vortex-Klube soiree. Really? Oh, wie du dich interessiert? Uh, ja. Ich bin nicht anti-soiree. Du bist anti-faschen, aber auch. Ein Vortex-Klube-Party hat eine Strict-Dress-Code. Du hast sogar eine Dress? Sorry, aber ein tolles Mal. Aha. Uh-huh. Um... Hey, Courtney. Really? Oh, like you care. I'm sure the Vortex-Klube has a Dress-Code. As you can see, I would need your advice on what to wear. Thanks, Max. I didn't think you noticed Thai fashion. Tell you what. I'll put you down on the guest list and before the party I can give you some tips. Cool. Thanks, Courtney. I'll send you the party info later. Back to the list. Ah, na dann. Schön. Sehr gut. Aber das habe ich einige Male nicht gemacht eigentlich, ob es ging. Äh, auch wenn es ging. Äh, ich habe wirklich, glaube ich, ein paar Mal nicht auf diese Pünktchen geachtet links oben. Und habe das nicht so richtig, äh, so, äh, für wahrgenommen, so, was das eigentlich bedeutet. Äh, liebe Freunde, aber ich sehe, dass diese Folge schon wieder zu Ende ist. Deswegen machen wir jetzt Schluss, einen Cut und beenden das Ganze. Und morgen geht's weiter mit Life is Strange und hier bei uns auf dem Channel natürlich. Ciao, bis dann und Servus.